Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Roblox Und zwar heute spielen wir wieder Adopt Me Und ich weiß nicht, ob ihr das gerade eben gesehen habt, aber Red Pandy hat sich auf jeden Fall sehr gefreut, mich zu sehen Und wir waren ja sowieso dabei, hier gerade Panda auf Neon zu machen Und ich würde sagen, da wir so lange schon kein Adopt Me mehr gespielt haben Und ich schon gar nicht mehr weiß, wie man hier was macht Werden wir erstmal gucken, was es hier so alles Neues gibt Mein Haus kennt ihr ja noch, weil ich alles umgebaut habe Sonst könnt ihr ja gerne mal die alte Folge nachgucken Und falls ihr Adopt Me mögt, dann lasst doch auf jeden Fall mein Abo da Um zu zeigen, dass ihr Adopt Me auch liebt Da würde ich mich auch immer super super drüber freuen Und hier ist mein Streaming Zimmer und mein Aufnahmezimmer Okay, let's go Ich würde euch mal sagen, wir gehen raus in die Stadt Und gucken uns mal so ein bisschen, was wir alles so Neues finden So, als allererstes laufen wir dann mal vorne rüber in die Stadt Und gucken mal dann direkt Und wir gucken auch mal, was wir hier zum Beispiel noch aus Jetzt die Eier, ich wette mal, die gibt es gar nicht mehr Vielleicht kriegen wir da gegen etwas cooles getradet Und hier die Red Panda Die sind alle noch nicht Neon Aber den Panda hatten wir ja schon auf Neon Und hier sind wir überall kurz davor Da sind wir gerade am Arbeiten Und das wird den Pinguin Der Pinguin wäre nämlich auch so cool, wenn wir den auf Neon hätten Also das sind auf jeden Fall die nächsten Sachen, die wir machen Aber wir müssen auf jeden Fall noch gucken Was wir jetzt so genau hier machen müssen So, ich würde erst mal sagen, wir schauen jetzt mal ein bisschen um Gucken mal nach irgendwas Neuem Ich glaube, das hier kennen wir alles noch Aber ich bin mir nicht 100% sicher Wir schauen noch erst mal nach, was es für neue coole Eier gibt Denn vielleicht gibt es ja hier wieder irgendein Event oder so Wo man nachgucken kann Aber als allererstes stellen wir natürlich unser Haus hier vorne hin Sieht auch so cool aus mit diesen Pflanzen jetzt hier, die neu sind So, erstmal natürlich unser Haus hier hingestellt Damit dann auch jeder reingehen kann, duschen und alles Denn das ist ja auch immer sehr, sehr wichtig So, oh, hier kann man gar nicht mehr draufklettern Hier war doch früher ein anderes Haus, aber okay So, wir würden euch sagen, gehen jetzt erstmal hier vorne rein Und gucken mal nach den anderen ein, was wir ja eben schon gesagt haben Vielleicht können wir ja auch noch nichts machen So, Haustiere Dann gehen wir mal direkt hier rüber und schauen mal nach 20, vielen lieben Dank, vielen Dank Was gibt es das hier? Okay, Gumball Maschine Sieht aus wie irgendwie so Raseneier oder sowas Ihr könnt ja auch immer auch mal super, super gerne in die Kommentare schreiben Was jetzt hier alles genau neu ist und was ich noch nicht kenne So, wir gehen auf jeden Fall auch erstmal raus Denn wir haben Hunger Ähm, kannst du vielleicht sogar hier was essen? Wir schauen mal nach, aber ich glaube nicht Wir gehen einfach hier schnell in die Schule Denn da kann man ja immer kostenlos essen Oder da holen wir uns beziehungsweise mal schnell einen Apfel So, erstmal hier vorne schnell an den Lehrertisch Beziehungsweise wir gehen einfach in den Pressen ab nach rechts Da kann man ja auch direkt ganz schnell essen So, und dann hier einmal ran Panda, bitteschön Und dann einmal hier reinschreiben So Minus ist der Beste So Ja, oh, das stimmt aber Das ist aber cool Da hat jemand wohl recht gehabt So, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal raus Und gucken mal, ob wir hier vielleicht noch irgendwas Neues sehen Aber hier sieht alles gleich aus So, dann nehmen wir uns erstmal ein paar Äpfel mit Das ist schon mal ganz gut so Die legen wir außer Hand Gucken wir mal Hier gibt es, glaube ich, auch nichts Neues Da ist einfach nur, wenn man die Tat hat Äh, oder keine Ahnung Warum man da so ziehen sollte Wenn man richtig überwacht wird Hm, egal Okay So Wir gehen ja auf jeden Fall hier mal vorne raus Okay, let's go Gucken wir mal, was wir hier noch finden Oh, dieses fliegende Boot hier ist ja mal richtig cool Oh, das hätte ich echt super, super gerne Da müssen wir echt dann noch ein bisschen Geld vielleicht Für zusammensparen Lassen wir uns dann ein paar solche Geschenke wiederholen können Und ein bisschen Glück kriegen wir sowas, ja Okay Ich würde sagen Wir gehen hier unten mal ran Und nehmen uns das Hoverboard Equipped Das ist generell auch ganz cool Mit den zwei Seiten jetzt hier Und, oh, ja, das muss ich sagen Finde ich sehr cool So Und Das hier kennen wir auch alles Oh, wir müssen schlafen Und ich hab du was Okay, ich guck mal, ob ich irgendwie was zu Oh, ich hab leider nichts zu essen mit dabei Ähm So Wir steigen hier einfach mal ganz kurz ab Und legen uns hier hin Ich bin schläfrig Äh, Panna, du bist auch auch schläfrig So Dann würde ich sagen Holen wir uns direkt als nächstes gleich mal schnell Wasser Dass ich schnell was trinken kann Noch ein bisschen mehr Geld haben Und schauen uns nochmal weiter um Also Das hier ist auf jeden Fall neu Auch mit Favorites Sachen und so Oh, guck mal Das ist schon echt cool So Dann gehen wir mal direkt weiter Wir haben beide ausgeschlafen Komm mit, Pandy So Und Dann nehmen wir hier mal die Spielzeuge Nehmen wir unsere Superwaffe Equipten wir die mal Und dann kommen wir eigentlich immer am schnellsten Von Ort zu Ort So Was ist das da vorne für ein Leuchtturm? Ich glaub, den kennen wir noch nicht, oder? Das ist irgendwas Neues Da gehen wir direkt mal rein Und rechts daneben Ich dann auch noch irgendwas Neues Oh, okay Das hier kennen wir noch nicht Ja, kaufen wir mal Und dann trinken wir die auch direkt Weil wir haben ja eh Duas So Das hier ist irgendwie ein scheinend neuer Supermarkt Und man kann ja anscheinend Mandarine, äh Mandarine wollte ich schon sagen Äh, Marienkäfer kaufen Hallo Schönen guten Tag Ja, was machen Sie? Ja, ja Okay, okay Oh Okay Nein, danke Okay Ich würd sagen Wir gehen hier erstmal Vielleicht können wir noch in das Blaue gehen Okay, schade Hier können wir leider nicht reingehen Oh Die riesige Tür Da müssen wir aufpassen So Wir gehen hier erstmal schnell raus Und gucken mal Was in dem anderen Ding war Da bin ich auf jeden Fall auch super duper gespannt Was es hier noch gibt In diesem klitzekleinen Haus Das bestimmt jetzt hier so klitzeklein von draußen Aber innen drin ist es bestimmt wieder riesengroß Wir gucken mal Ja, guck mal Ich hab mir fast gedacht So ein riesiges I can't check Okay Okay Äh, was ist Hier, wir gehen hier auch mal durch Oh Mann Wir machen mal den kleinen Test Okay Okay Ich glaub ich wird hier gescampt Nein Er möchte nämlich meine Nein Okay Ist das jetzt meine Giraffe Ich sag's Scam Okay Ähm Wollen wir unser Gegen den Drachen tauschen Okay 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 Er sagt Wir sollen ihm vertrauen Es ist kein Kein Scam Und er will zwei Verschiedene Dings Hatten wir überhaupt Eine Giraffe Nein Hatten wir nicht Oh Und es war zum Glück Wieder Scam Wir müssen hier echt Aufpassen Also Man muss echt sagen Ja Okay 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 Ja Er will wieder tauschen Aber er will wieder Als erstes tauschen Okay Das ist eigentlich Das ist okay Ja Das wäre fairer Dir gewesen Okay Wir haben Okay Ich frag mich Was das jetzt hier ist Wir haben auf jeden Fall Abgeschlossen Dass wir gut Im Traden sind Und das sind wir Auf jeden Fall So Hallo Ah Okay Das ist echt cool Man kann jetzt Sehen Mit wem man getradet hat Und da kann man sich Von einem Scam Schützen Wenn ich das jetzt Richtig verstanden habe Oh yeah Das ist natürlich Richtig richtig cool Das hilft auf jeden Fall Sehr sehr vielen Leuten Denn es wird echt Viel gescammt In Adopt Me Aber ich würde auf jeden Fall Sagen Nachdem wir hier Diese erste Trade Schule gemacht haben Könnt ihr ja super super Gerne mal in die Kommentare Schreiben Was es noch so alles Neues gibt Und wir sehen uns Im nächsten Video wieder Vielen vielen lieben Dank Fürs Einschalten Wir würden sagen Bis morgen Macht's gut Und Tschüss